Endlich wieder Champions League und das bedeutet, ich nehme euch hier in diesem Vlog wieder mit hinter die Kulissen. Ich verspreche euch Leute, wir haben uns einiges vorgenommen und da ist auf jeden Fall für jeden von euch was dabei. Wenn ihr so den besonderen Blick wollt, dann habe ich eine gute Nachricht. Ihr seid hier genau richtig. Heute geht's los, Matchday in München. Ich bin an der wunderschönen Säbener Straße hinter mir, findet noch das Anschwitzen statt, also die Jungs machen sich vor dem Spiel noch einmal ready und ich nehme euch heute den ganzen Tag über mit. Auf dem Weg ins Stadion, im Stadion vor Ort sind wir natürlich auch. Ich zeige euch die umgebauten Kabinenbereiche, da ist nämlich auch ein bisschen was passiert und dann stimmen wir uns gemeinsam ein auf den Start der Königsklasse. Mein Name ist Lukas und das ist der FC Bayern Vlog zum Spiel Bayern gegen Manchester United in München. Let's go! Hier hinten findet das Anschwitzen statt, vor dem Spiel noch ein bisschen auf Betriebstemperatur kommen, am Morgen, am Matchday, wir schauen mal hin. Hier geht es um die letzten taktischen Anweisungen. Team Busch steht auch schon da, abfahrtbereit. Okay, Bus ist weg und für mich geht es jetzt auch in die Arena. Here we go, Allianz Arena. Und ich habe es euch am Anfang des Videos schon mal gesagt, hier wurde in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen was umgebaut, deswegen war ich gestern schon mal da und habe es mir für euch angeschaut. Ich liebe diese Tage vor den Champions League Spieltagen hier in der Arena, da liegt was in der Luft, da merkt man, da kommt was. Hier hinter mir wird schon fleißig aufgebaut für die Live-Übertragung, da gibt es noch einiges zu tun, im Innenbereich ist noch nicht so viel los und das bedeutet, dass wir jetzt noch mal in aller Ruhe die Möglichkeit haben, uns die umgebauten Kabinenbereiche anzuschauen. Da ist einiges passiert und das zeige ich euch jetzt mal. Wir laufen sie morgen durch und dann geht es in die Kabinettel. Den Bereich hier kennt ihr schon, hier ziehen sich die Jungs um, aber wie ich es euch versprochen habe, gibt es auch ein paar Neuerungen. Diese nehmen an neuer Besprechungsraum, neue Trainerumkleide und neuer Essensraum. Also ich sage mal so, wenn du dich hier auf dem Spiel vorbereitest, dann kann es eigentlich nur gut gehen. So Leute, das war's mit den Eindrücken vor dem Spiel. Ich zitiere jetzt nochmal auf der Trainerbank. Jetzt zählt nur eins, ein Sieg für die Bayern. Auf geht's Jungs! Jungs! Musik 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 Okay Leute, das war's aus der Allianz Arena. War nochmal ein bisschen spannend hinten raus, aber am Ende hat es für den Sieg gereicht. Was will man mehr zum Auftakt in diese Champions-League-Saison? Wir nehmen euch gerne auch wieder beim nächsten Mal mit. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr sehen wollt und wir setzen es für euch um, hier im FC Bayern-Vlog.